Ob jedes A-Loch ein Narzisst ist, würde ich gern mit klar beantworten. Leider ist es nicht ganz so einfach. Nur weil jemand unausstehlich, anstrengend und manchmal etwas hinterlistig ist, ist es nicht unbedingt ein Narzisst, auch wenn die Chancen gut stehen. Um jemanden klar als pathologischen Narzissen einordnen zu können, muss ein Cluster von Verhaltensweisen zusammenkommen, das sich überdies immer zeigt und in jedem Segment seines oder ihres Lebens. Es gibt viele Menschen, die gern und oft lügen, deshalb ist es immer noch nicht pathologisch. Was also ist pathologisches Lügen ganz genau? Wenn jemand eigentlich permanent lügt, Geschichten erfindet, aber auch dann die Unwahrheit erzählt, wenn es gar keinem bestimmten Zweck dient, kann man von pathologischem Lügen sprechen. Dabei ändert sich das Verhalten auch nach Jahren nicht. Es ist also keine Phase, in der derjenige das Lügen für sich entdeckt hat und ihm nachgeht wie einem Hobby. Beim Psychopathen nimmt das Lügen und Täuschen Formen an, die so ungeheuerlich sind, dass es einem den Atem verschlagen würde, würde man es im Moment wissen. Sie lügen sogar über ihre Herkunft. Sie können einfach Adelstitel erfinden oder erzählen, sie seien adoptiert. Oder sie spielen einfach eine völlig andere Identität vor. Das alles fällt in den Arbeitsbereich pathologisches Lügen. Pathologische Narzissen und Psychopathen sind Fachleute dieses Bereichs. Es handelt sich hierbei also nicht um eine kleine Flunkerei, die häufiger auftritt. Der Narzisst wird extrem unsicher und aggressiver als sonst, wenn er spürt, dass er auffliegt. Er wird so nervös, als wäre sein Leben bedroht. Und aus seiner Innenschau ist es das auch. Dem Psychopathen geht es nicht so. Der Zombie ist so abgestorben im Inneren, dass nichts ihn wirklich aufregt. Er geht mit der Haltung durchs Leben, dass er einfach alles bekommt und hinbekommt, was er sich vornimmt. Einen malignen Narzissen kannst du daran erkennen, dass er lange Strategien entwickelt, um sein Opfer niederzustrecken. Dieses Langzeitpläne-Schmieden ist ein echtes Symptom dieser Spezies und sie sind extrem grausam bei der Umsetzung ihrer Arbeitspläne. Dabei geht es dem malignen Narzissen wirklich darum, dem Opfer so viel Schaden wie möglich zuzufügen. Sollte er sein Opfer vielleicht töten können, wäre das Platz 1 auf dem Siegertreppchen. Er würde sich an der Energie seines Projekts Opfer niedergestreckt, wahrscheinlich bis zu seinem eigenen Tod laben. Das Thema Täuschen, Tricksen, Betrügen und Menschen manipulieren bildet ein zentrales Feld in der Causa pathologischer Narzissmus und Psychopathie. Alles dreht sich ums Tricksen und dabei nicht erwischt zu werden. Sie sind Blender. Du kannst die Untoten überdies daran erkennen, dass sie sich gern in den Vordergrund spielen und ihre rhetorische Begabung zeigen, als auch sich gern in ihrer schicken Klamotte präsentieren oder sich einfach auffällig gern in der hohen Position, die sie innehaben, demonstrativ in Szene setzen, zum Beispiel durch die Demonstration von Macht. Beim Narzissen wäre dies allerdings eher beim grandiosen Narzissen der Fall. Der sogenannte vulnerable Narzisst tritt völlig anders auf und ist nicht Gegenstand dieses Videos. Auch ein Machiavellist ist nicht so sehr an Showtime interessiert. Er hält sich gern im Hintergrund und zieht die Fäden für andere Mächtige. Du siehst, Narzissen in all ihren Facetten auszumachen, ist kein leichtes Unterfangen. Dazu kommt, dass jeder Narzisst auch noch eine Persönlichkeit hat. Sie sind nicht alle gleich und manche sind an der Oberfläche sogar sympathisch. Zudem ist diese Liste nicht ganz vollständig. Du kommst nicht darum herum, dich tiefergehend mit dem Thema zu befassen und im Alltag immer wieder kleine Teststrecken zu fahren. Doch mit der Zeit wirst du lernen, durch die Sympathie, die Attraktivität, den hohen Posten, die rhetorische Begabung und den Einflussreichtum zu blicken. Und ganz ehrlich, das ist auch dringend nötig. Wir alle sollten Fachleute im Aufdecken von Untoten werden. Wenn dir Videos wie diese gefallen, lasse mir sehr gern ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Ich freue mich sehr, dich beim nächsten Video von Narc Extreme wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss. Tschüss.